Weihnachten ist zwar erst in rund sechs Wochen, trotzdem sind in diesen Tagen im Rheinacher Dorfzentrum bereits die offiziellen Weihnachtsbäume der Gemeinde gestellt worden. Und zwar beim Dorfbrunnen, beim Heimatmuseum und vom Gemeindezentrum, damit dann auch rechtzeitig alles parat ist. Woher kommen die Bäume und wie werden die Bäume gesucht und ausgesucht? Ja, wir schauen natürlich das ganze Jahr schon, wo mögliche Kandidaten stehen würden. Wenn wir mal einen entdeckt haben, der gut wäre, fragen wir mal, ob wir den Baum noch brauchen. Oder wir werden auch oft von Leuten kontaktiert, die sagen, wir haben einen schönen Baum im Garten, wir brauchen den nicht mehr. Und dann schauen wir, ob der für uns passt und ob dem das seitlich auch gerade passt, dass wir den bei uns als Weihnachtsbaum einsetzen können. Ja, wir schauen vor allem in Reinach, dass man da bei uns in der Gemeinde die Bäume findet. Wenn wir aber ausserhalb auch einen anboden, oder einen, der sehr schön wird, können wir auch ausserhalb von Reinach einen Baum holen. In diesem Jahr kommen zwei der drei Bäume von den Reinacher Gebäuden aus Reinach, einer aus dem Laufental. Und zwar bewusst nicht aus dem Wald, denn dort haben sie eine andere Aufgabe. Wie ist diese Sache mit dem Aufstellen organisiert? Ja, da haben wir ein externes Transportunternehmen, das uns jedes Jahr unterstützt. Die haben auch viele Erfahrungen im Zügel von Weihnachtsbäumen. Und da sind wir sehr froh, dass wir dort erfahrene Chauffeure haben, die wissen, wie man Bäume anhängen und wie man sie anheben muss, dass möglichst wenig Schaden daran entsteht. Und unsere Leute selber machen das auch seit Jahren. Da haben wir gewisse Erfahrungen, was das vertreibt und was nicht. Ja, der Transport ist nicht ganz einfach. Wir müssen das natürlich auch als Strassenverkehrsgesetz halten. Wir müssen die Äste hochbinden, sodass wir nicht breiter wären als Fahrzeuge. Und dass die Äste aber trotzdem nicht abbrechen unterwegs. Und dann müssen ja die Bäume noch entsprechend geschmückt werden. Das machen wir ja selber mit den Mitarbeitern vom Werkhof. Wir haben hier zwei, drei, die sehr geschickt sind in dem und das seit Jahren machen. Und das Gefühl haben, dass man hier einen festlichen Baum herbekommt. Und dafür haben wir eine Hebebühne, die wir einsetzen. Ganz viele LED-Lichterketten, also da reden wir von Kilometern. Und dann grosse Christbaumkugeln, die wir daran hängen. Was passiert nach dem Weihnachtstag mit diesen Bäumen? Ja, nach dem 6. Januar schmücken wir die Bäume zuerst abschmücken. Dann schneiden wir sie klein. Die Äste kommen meistens in den Tierparkhaben. Da haben Dreh und Hirsch auch noch etwas von uns im Fest. Und das Stammholz schneiden wir klein und für Brennholz weiter lagern. Zum ersten Mal eingeschaltet wird die Beleuchtung an diesen Bäumen am Samstag, 30. November. Also kurz vor dem ersten Advent. Am Wochenende, 16. und 17. November wird an neun verschiedenen Orten im Rheinacher Dorfzentrum die 10. Rheinacher Galerie Nacht durchgeführt. Dieser stillvolle Anlass startet am Samstag zu Abend am 7. im Gemeinshaus. Und nachher sind die neun Orte mit Kunst bis um Mitternacht offen. Am Sonntag ist dann zwischen 2 und 5 Uhr am Nachmittag in allen Galerien Betrieb. Und am 10. Rheinacher Galerie Nacht stellen regionale Künstlerinnen und Künstler ihre Wege aus und sind vor Ort. Der Eintritt zu diesem auch gesellschaftlich wertvollen Anlass ist frei. Und auch kulinarische Überraschungen sind garantiert. In der katholischen Dorfkirche St. Niklaus an der Kirchgasse bittet das Orchesterinach am Sonntag zum 17. November ab den 5. zum traditionellen Herbstkonzert. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Franz Schubert und Josef Haydn. Solistin ist Maria Zumbro an der Trompete. Die musikalische Leitung hat Giorgio Baranuzzi. Der Eintritt ist frei. Es wird allerdings ein freier Austritt, also eine Kollekte erhoben. Die Alterskommission Rheinach veranstaltet am Freitagnahmittag 15. November zwischen 2 und 5 Uhr einen Informationsanlass für Seniorinnen und Senioren zu den Themen Ernährung, Bewegung und Sicherheit. Angesprochen sind grundsätzlich alle, die sich für diese Themen interessieren. Der Eintritt ist frei. Man kann einfach kommen und vor Ort stehen zu diesem Informationsstand von Rheinacher Organisationen, die im Bereich Gesundheit und Alter aktiv sind. Bereit. Geräusche tro